Wolfgang Groze von Flashback hat mir gerade im Vertrauen gesagt, ich habe 20 Kilo abgenommen. Ist ihm so rausgerutscht? Aber das ist ja total toll. Dann kannst du ja wie eine Elfe heute die Gänse tragen. Genau so soll das sein. Mit den Gedanken bei Frank natürlich, das erste Mal nach so vielen Jahren, dass Frank nicht dabei sein kann, ist ein komisches Gefühl. Ist anders, ne? Ist anders, ja. Wie anders? Kannst du es beschreiben? Weil ich hatte vorhin genau dasselbe gesagt, aber ich konnte es nicht beschreiben. Also im Moment ist es ja noch nicht so großartig anders, aber bei mir ist es ja doppelt, weil wir hatten im August dieses Jahres auch den letzten Live-Auftritt zusammen, weil er ja sich zur Ruhe setzen will. Das wollen doch Künstler irgendwann alle, aber sie tun es ja doch nicht. Siehe Jürgen Drews, der versucht es ja auch schon, man schafft es ja auch nicht. Naja, vielleicht ist da auch noch Hoffnung, klar. Anders in dem Sinne, dass er hier nicht präsent ist. Er wird nachher präsent sein, per Video. Aber im Moment, es ist einfach anders, weißt du? Das kennst du sicher, wenn du Dinge, die viele Jahre stattgefunden haben, du kommst hin und es ist einfach anders, weil, und in dem Fall hat der Veranstalter, der Organisator, einfach nicht da sein kann. Und er würde ja so gerne. Es ist ja nicht, dass er jetzt keine Lust mehr hat oder sonst was. Es geht einfach gesundheitlich nicht. Was wünschst du dir für das neue Jahr oder das ausklingende Jahr? Gesundheit. Das ist das Einzige, was zählt. Genau, genau. Wenn man so rumhört, in dem letzten Jahr ist eine Menge passiert, sind auch eine Menge Leute verstorben. Aus meinem Umfeld ganz viele. Aus meiner Mallorca-Zeit elf Leute. Und ich glaube, Geld, klar, hilft. Aber Gesundheit, glaube ich, ist das Wichtigste. Das ist richtig. An der Stelle machen wir einfach mal einen Punkt, ne? Genau. Euch weiterhin viel Erfolg und Happy New Year und tolles Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten auch an eure Zuschauer.